Hallo zusammen, heute schauen wir Brooklyn Breweries an. Brooklyn Breweries ist natürlich in Brooklyn gegründet, 1988. Sie hat angefangen als eine ganz kleine Kraftbrauerei, in der Zwischenzeit riesige Grossworte. Schon über 30 Länder kann man Brooklyn Breweries geniessen. Heute schauen wir Stonewall IPA an. Das ist eine Session IPA von Brooklyn Breweries. 4,6 Prozent Alkohol, Session IPA ist ein IPA, das wir immer wieder geniessen dürfen. Darum hat es auch weniger Alkohol, als was wir gewohnt sind bei den IPAs. Shirt on the Flash ist die Rägenbogenfarbe. Das hat natürlich einen Hintergrund. Stonewall Inn ist ein sehr richtiger Ort in New York. Das wurde in 1969 gegründet, gerade unbedingt für die LGBTQ-Gruppe. Das wird heute immer noch eine sehr richtige Location in New York. Und natürlich das Bier ist ein bisschen ein Hommage an unser special Ort. Der Stonewall IPA braucht eine ganz schöne Goldfarbe, eine ganz feste, kompakte, weisse Schaum. In der Nase kann gerade ganz viel Citrus-Aroma führen. Wir haben den typischen Citro Hoppen-Aroma. Zitronenschalen und natürlich Grapevieh. Und unser Session IPA. Inspired by Brooklyn, brewed for all. Cheers. Musik 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 Musik